In diesem Video schauen wir uns das erste kabellose Shotgun-Mikrofon an. Der Hersteller ist diesmal nicht einer der großen bekannten Marken, sondern eher ein Unbekannter, nämlich Comica. Los geht's nach dem Intro. Bei dem Werbeversprechen, dass es sich hier um das erste kabellose Shotgun-Mikrofon handelt, habe ich mich ein bisschen am Kopf gekratzt und wollte das erst gar nicht glauben. Nach ein bisschen Recherche habe ich aber auch tatsächlich kein anderes gefunden und damit stimmt's wohl, Comica hat das erste kabellose Shotgun-Mikrofon auf den Markt gebracht. Der kabellose Einsatz ist aber nur einer von vielen Vorteilen, das dieses Gerät mit sich bringt. Natürlich gibt's wie immer auch ein paar Nachteile, aber fangen wir mal bei den Vorteilen an. Ich kann das Gerät in drei verschiedenen Modi verwenden, zum Beispiel im Modus Klinke, als zweiten Modus gibt's USB-C und der dritte Modus offensichtlich der Funk-Modus. Wenn ich den Klinke-Modus verwende, kann ich ganz klassisch ein Klinke-Kabel benutzen und das Gerät an ein Gerät wiederum anschließen, das auch Klinke versteht. Zum Beispiel an meinen PC, an mein Smartphone oder an einen klassischen Audio-Recorder. Das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel gar nicht immer die Kamera benutzen muss. Das ist natürlich der Haupteinsatzzweck, dass ich das Funk-Modul oben auf meine Kamera aufstecke und die Klinke-Kabel dann mit der Kamera verbinde und das Audiosignal dann direkt auf der Kamera aufgezeichnet wird. Das kann man natürlich so machen, ich würde aber da lieber irgendwie einen Audio-Recorder für verwenden. Was ihr jetzt gerade hört, wie ich einspreche, ist die Verwendung mit dem USB-C-Kabel. Ich habe also nun das Mikrofon angeschlossen per USB-Kabel an meinen PC. Mein PC erkennt daraufhin eine Soundkarte mit Mikrofon offensichtlich. Das heißt, ich habe hier ein komplett eigenständiges USB-Mikrofon. Ich muss das überhaupt nicht per Klinker anschließen. Das gleiche kann ich auch am Smartphone machen. Wenn ich hier USB-C auf USB-C-Kabel benutze, dann erkennt mein Smartphone eine Art Soundkarte, ist ja halt nur ein USB-Mikrofon, aber ich muss nicht den Klinkeranschluss meines Smartphones benutzen. Natürlich geht auch die Aufnahme per Funk, die ist für mich persönlich aber gar nicht so interessant, da ich ja meine Mikrofone immer in einem festen Setup in der Regel verbaut habe und dann auch gerne ein Kabel benutzen kann. Das Benutzen des Kabels hat bei dem Mikrofon auch noch einen weiteren Vorteil. Ich kann den sogenannten Safety-Modus nutzen. Es wird ja in der Stereospur aufgezeichnet, obwohl es eigentlich ja nur ein Mono-Mikrofon ist. Ich habe eine Rechts-Links-Spur, die hat ja den gleichen Inhalt, aber die Entwickler haben sich gedacht, das kann ich auch sinnvoller nutzen. Ich kann auf der einen Spur lauter aufzeichnen und auf der anderen Spur leiser und kann somit Clipping verhindern. Und das macht das Safety-Feature, aber allerdings nur im kabelgebundenen Modus. Und das ist wirklich Gold wert, dieses Feature, gerade wenn man zum Beispiel das Shotgun-Mikrofon für Interviews verwendet, wo man nicht weiß, wie laut am Ende der Sprecher ist oder wie nah das Mikrofon an die Tonquelle herangeführt werden kann. Und mit dieser Safety-Einstellung habe ich also eine leise und eine laute Spur und kann dann entweder die verwenden, die mir am meisten zusagt, oder kann das Ganze natürlich durchmischen. Schade ist aber, dass das nicht im Funk-Modus geht. Wahrscheinlich wollte man hier einfach Daten sparen und nur eine Spur übertragen und keine komplette Stereo-Spur. Ist natürlich auch verständlich, aber schade, dass halt dieses Feature dann damit gar nicht mehr funktioniert. Gehen wir mal von den Anschlussarten weg und gehen wir mal zu den Frequenzeinstellungen. Hier habe ich verschiedene Optionen am Mikrofon selbst und gerade benutze ich die Option 150. Wenn ich das umstellen würde, würdet ihr mich jetzt sehr basslastig hören, beziehungsweise ich müsste die ganze Tonspur nochmal nachbearbeiten und den Bass etwas rausnehmen. Hier wurde also auch mitgedacht, wenn ich diesen 150 Hz Low-Cut-Filter benutze, dann ist die Stimme angenehmer im Nahbesprechungsbereich. Es gibt auch noch den 75 klassischen Low-Cut-Filter, den gibt es auch. Zusätzlich zu 150 Hz und 75 Hz gibt es auch noch den High-Frequency-Boost. Den habe ich bisher aber noch nicht verwendet, beziehungsweise keinen Anwendungsfall dafür gefunden. Ein riesen Vorteil ist aber auch der Lieferumfang. Es werden nicht nur Kabel für Kamera und Smartphone separat mitgeliefert, es sind auch zwei verschiedene Aufsätze für den Windschutz dabei, es ist eine Tragetasche dabei und es sind zwei verschiedene Halterungssysteme mitgeliefert. Ein Halterungssystem, das mitgeliefert ist, ist ein Shock-Mount. Ein Shock-Mount kann Vibrationen und Stöße vom Mikrofon abhalten. Das ist alles Zubehör, das man im Zweifel hätte vielleicht auch nachkaufen müssen und somit rechtfertigt sich da auch schon ein bisschen der hohe Preis wieder. Aber ich will ja jetzt das Mikrofon nicht nur loben, es gibt natürlich auch ein paar Nachteile, die ich gefunden habe. Ich würde mir bei Comica immer wünschen, dass ich auch die Aufnahme direkt auf eine Micro-SD machen kann. Egal ob dann die Micro-SD im Funkempfänger steckt oder beim Mikrofon selbst angebracht wäre, das würde halt nochmal so eine Unabhängigkeit von der Kamera darstellen. Ich muss also nicht immer eine Kamera laufen haben und könnte Ton separat aufnehmen. Das fehlt mir bei den Comica-Geräten in der Regel. Ein weiterer Nachteil, den ich in Kauf nehmen muss, wenn ich halt Funk benutze, ich muss zwei Geräte immer geladen haben. Ich muss also selbst darauf achten, dass die Geräte, wenn ich sie einpacke, am besten vollgeladen sind und wenn ich die Tasche dann in die Hand nehme und zur Aufnahme sprinte, dass ich dann eben da mir keine Gedanken drüber machen muss. Das ist jetzt aber bauartbedingt und lässt sich halt nicht verhindern, dass ich halt zwei Geräte brauche, die Strom haben wollen, wenn es denn über Funk laufen muss. Was mich aber ein bisschen geärgert hat, ist das schmale Handbuch und es gibt auch kein ausführlicheres Handbuch online bei Comica. Ich habe mir zum Beispiel die Frequenzen nochmal erklären lassen vom Support, das ging sogar auf Deutsch relativ gut, aber das hätte eigentlich ins Handbuch gemusst. Eine bessere Beschreibung, was die Knöpfe machen, was welche Auswirkungen hat, also da hat man sich wirklich sehr bedeckt gehalten. Da ist fast mehr auf der Amazon-Seite, auf der Werbeseite zu finden, als im Handbuch selbst. Ein weiterer Nachteil bei dem Mikrofon ist die Verstärkung. Nicht, dass die jetzt besonders schlecht wäre bei dem Mikrofon, sondern dass ich gar nicht weiß, wie ich die richtig einstellen muss. Denn wenn wir uns mal so eine komplette Signalkette überlegen, habe ich drei Verstärker in dieser Signalkette. Zum einen habe ich hinten am Mikrofon eine Verstärkerregelung, dann habe ich am Funkempfänger nochmal eine nachträgliche Verstärkung und als dritte Option hat ja auch mein Empfangsgerät, zum Beispiel mein Audio-Rekorder oder meine Kamera, auch noch eine Option, das Soundsignal zu verstärken. Da hätte mich Comica meiner Meinung nach besser an die Hand nehmen müssen, was hier eine optimale Einstellung ist. Viel mehr Nachteile konnte ich jetzt bei dem Mikrofon ehrlich gesagt gar nicht finden. Wenn ihr was zur Tonqualität wissen wollt, na die habt ihr gerade selbst gehört, ich habe die ganze Zeit mit dem Gerät aufgenommen. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch Danke fürs Zuschauen zu sagen und jetzt kommt die Endcard.